Ein weiterer Schritt bei der Energiedatenanalyse ist es, aus Stunden oder vielleicht sogar Viertelstundenwerten aggregierte Tageswerte zu machen, aggregierte Stundenwerte, also die Stunden umzusortieren. Das heißt, was sollen wir machen? Wir wollen aus diesen stundengenauen Werten die Tagessummen bilden. Also das heißt zum Beispiel hier zu wissen, wie viel elektrische Energie erzeugen unsere Systeme pro Tag, nicht pro Stunde. Wir sehen jetzt hier unten ganz klein die Summe, knapp 400.000 Megawattstunden. Jetzt ist die Frage, wie können wir das machen? Es gibt auch da in Excel mehrere Möglichkeiten. Das eine sind sogenannte Pivot-Tabellen. Das will ich hier in dieser Reihe nicht vorführen, weil die in der Bedienung komplett anders sind. Wir wollen das dynamisch gestalten, wir wollen das mit Funktionen machen. Wie machen wir das? Dazu benutzt man die Funktion Summe, wenn es oder Mittelwert, wenn es. Also wir können auch Mittelwerte bestimmen, wir können auch zählen. Das wollen wir uns jetzt angucken in dieser Folge. Das müssen wir ein bisschen vorbereiten. Also was wollen wir zuerst machen? Wir wollen jetzt erstmal Tage bestimmen. Das heißt also, wir wollen Tagessummen unserer Energiesysteme bekommen. Machen wir das mal. Warten wir das mal vor. Also hier das Datum. Wir haben jetzt hier unsere Energiewerte, die, weil Tabellenüberschriften, Datum, das ist der erste, erste. Und dann, das haben wir ja schon gesehen in einer Folge, wie das geht, der nächste Tag ist der vorherige Plus 1. Wir können mit dem Datum ja rechnen. Das ziehen wir jetzt einmal runter, bis wir bei 365 sind. Das geht jetzt tatsächlich nur, wahrscheinlich am schnellsten, am effektivsten, manuell. Dauert jetzt ein bisschen. Und dann wollen wir gleich gucken, wie können wir diese Summation dynamisch mit Hilfe der Funktion Summe, wenn es, ermitteln. So, wir sind jetzt hier bei 365 Tagen angekommen. Was wollen wir jetzt machen? Also jetzt, Aufgabe ist es jetzt die Funktion Summe, wenn es. So, und jetzt da direkt der erste Punkt. Man sieht jetzt hier, es gibt zwei Funktionen, die sehr, sehr ähnlich sind. Summe, wenn und Summe, wenn es. Ich empfehle sofort die Funktion, also sich mit der Funktion Summe, wenn gar nicht erst zu beschäftigen, denn die Funktion Summe, wenn es, also mit dem S noch hinten dran, das ist eine Funktion, die das gleiche kann wie Summe, wenn, nur deutlich flexibler ist. Deswegen kann man sich die einfachere Funktion Summe, wenn eigentlich direkt sparen und sich sofort mit dieser Funktion Summe, wenn es, beschäftigen. Also wie funktioniert diese Funktion? Wir wollen jetzt Zahlenwerte addieren in einer Spalte, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Bedingungen haben wir uns ja schon mal angesehen in einer vorherigen Folge. Also wie wollen wir das jetzt machen? Wir wollen eine Summe bilden aus dieser Spalte B, wenn das Datum der 01.01.2022 ist. So, das müssen wir jetzt aber vorbereiten, damit das funktioniert. Ich zeige das jetzt einmal ganz kurz. Im Nachgang wird man wahrscheinlich besser verstehen, wieso ich so vorgegangen bin. Wir müssen Folgendes machen. Wir müssen, und das geht tatsächlich nicht anders, zwei Spalten hier ergänzen. Ich habe jetzt einen Spalt ergänzt, da vielleicht auch ein kleiner Shortcut. Wenn man den letzten Befehl wiederholen möchte, die Taste Ctrl und Y, also auf Mac, Command und Y drücken. Dann kann man den letzten Befehl wiederholen. Also Command, Y, Control, Y wiederholt den letzten Befehl. Das ist ganz praktisch. Da kann man halt dieses Spalten ergänzen ganz gut machen. Das machen wir hier auch nochmal. Nehmen wir hier auch nochmal zwei Spalten ergänzen. Die sind ein bisschen breit. Machen wir mal ein bisschen schmaler. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen den Tag und wir brauchen den Monat. Also wir müssen wissen, welcher Tag ist. Das haben wir ja schon gemacht. Also der Tag. Schauen wir es direkt in groß. Also Tag vom Datum hier. Das ist ja die Zelle C2. Und wir wollen den Monat von unserer Datumsspalte. Jetzt hat er sich hier irgendwie gerade verschluckt. Wie soll er sich verschluckt? Wir gucken mal, das müsste gleich in der Datum passen. Also Tag und Monat runtergezogen. Jetzt passt es. Also, was passiert? Wir machen die Spalten etwas schmaler. Und sehen dann, na, etwas schmaler bitte. Wunderbar. Sehen hier, also das ist jetzt der zweite, erste. Tritt hier auf und so weiter. Also alles gut. Das gleiche machen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Wir kopieren diese Funktion hier rüber. Auch da wieder das alte Spiel. Weil wir hier eine Referenzierung haben. Bestimme den Tag aus der Zelle 2 rechts. Das kennen wir schon. Schreibt uns den ersten ersten hin. Auch das ziehen wir runter. Manchmal ist das hier mit dem Klicken in dieser Excel-Version nicht ganz so einfach. Wieso macht er das denn jetzt nicht? Dann trickseln wir ihn noch. Ich würde ihn ja nicht austricksen. Mach da auch nicht. Ja, Vorführeffekt kriegen wir jetzt aber gleich hin. So, jetzt hat das aber. Wunderbar. Also jetzt haben wir hier auch die Tage. Die laufen natürlich jetzt hier durch. Warum habe ich jetzt diese Hilfskonstruktion gemacht? Das ist jetzt der kleine Nachteil, der kleine Pferdefuß an dieser Funktion. Summe, wenn es, sehen wir jetzt. Also Summe, wenn es. Wir öffnen sie. Was können wir jetzt machen? Die Hilfe sagt uns jetzt, also wir wollen erst oder müssen erst den Bereich angeben, den wir aufsummieren wollen. Das ist in unserem Fall jetzt die Spalte D. Und dann müssen wir angeben, der Bereich, der erfüllt werden soll. Also wir wollen jetzt ja prüfen. Also summiere mir die Werte aus der Spalte D auf, wenn der Tag, der jetzt hier steht in der Zelle I2, diesem Werten hier entspricht in der Spalte A. Denn das ist unser Tag. Also das ist ja die Spalte A. Die soll, wenn der Wert aus der Spalte A gleich diesem Wert ist, dann soll er die Summe bilden. Das heißt also immer dann, wenn der Tag der erste ist, dann summiere ich auf. Das ist aber noch nicht das Ganze. Und deswegen jetzt direkt die Funktion Summe, wenn es. Dort kann ich mehrere Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen. Diese Funktion Summe, wenn, kann nur eine Bedingung erfüllen. Summe, wenn es, direkt mehrere. Aufbau ist der gleiche. Deswegen Empfehlung immer mit dieser Funktion, wenn es. Semikolon, zweiter Bereich. Wir sagen, wenn das Datum, denn das muss ja auch erfüllt werden, ist ja eine Und-Bedingung, wenn der Monat auch diesem Wert entspricht. Also das ist jetzt unsere gesamte Funktion. Ich mache mal einmal, schließe einmal ab und dann gucken wir uns die Funktion nochmal an. Was haben wir jetzt gemacht? Also Summe, wenn es. Summiere mir die blaue Spalte D. Wenn die Tage, die Spalte A in Rot, dem Zellwert I2 entsprechen, das ist das lila. Und es muss gleichzeitig erfüllt sein, dass die grün markierte Spalte, der Monat unserer Rohdaten, unserem aktuellen Monat entspricht. Dann soll er summieren. So, was macht er genau? Also da einmal der Tipp bei so einer Datenanalyse immer einmal kurz die Probe machen, ob er richtig gerechnet hat. Wir bilden hier mal einmal die Summe, markieren das. Und hier in der Fußzeile haben wir ja wieder die Summe stehen, 359.223,75 haben wir hier auch stehen. Alles gut. Das heißt, die Berechnung hat funktioniert. Wir ziehen das runter und sehen jetzt die Tagessummen. Auch da immer nochmal der Tipp, wenn man das häufiger macht, immer wieder können kleinere Fehlerunzulänglichkeiten passieren. Man sollte darauf achten, also immer nochmal eine Probe machen. Auch da der Tipp, hier einmal die Summe über die Spalte D bilden, indem man hier oben wieder klickt. Wir gucken uns unten die Summe an. Da reicht jetzt, wenn man sich mal die hinteren Zahlen anguckt, 334,8. Wir markieren Spalte L, 334,8. Also, die Summe passt. Er hat richtig summiert. Wir haben jetzt hier die Tagessummen für die Onshore-Windenergie. Wenn wir das jetzt nach rechts ziehen, stellen wir fest, funktioniert nicht. Warum nicht? Na gut, wir haben halt die relative Verknüpfung verschoben. Er summiert jetzt hier falsche Spalten. Das liegt natürlich daran, dass wir hier die Dollarzeichen nicht gesetzt haben, um also diese relative Fixierung aufzuheben. Wir müssen natürlich hier die Spalten fixieren. Das machen wir hier nochmal. Also, wir wollen die Spalte D. Die bleibt dynamisch. Aber die Spalte A wollen wir festhalten. Wir wollen die Zelle I2, da wollen wir die Spalte festhalten. Das heißt, wir müssen überall von den Buchstaben ein Dollarzeichen ergänzen. Wenn wir das so machen, ziehen wir das hier rüber, ziehen das einmal runter. Hat er das jetzt hier gemacht? Hat er gemacht? Wir ziehen das hier mal nach rechts. Kriegen hier die Summen. Und haben hier die Summen für die Photovoltaik, die Steinkohle und die Erdgasproduktion. Auch da, schnelle Probe. Erster, erster, Erdgas sind 66.097,5. Passt. Also, jetzt haben wir es hier sehr schnell erreicht, die Tagessummen zu bilden. Das ist vielleicht etwas mühselig. Der Vorteil ist aber, es ist jetzt wirklich dynamisch. Also, wenn wir jetzt hier neue Werte ergänzen würden, würde das hier automatisch berechnen, weil es eine dynamische Funktion mit dieser Summe, wenn es ist. Da kommen wir dann sehr schnell auf die entsprechenden Ergebnisse. Das ist wirklich eine sehr praktische Funktion, die wir hier nutzen können. Man muss halt aufpassen mit diesen Vergleichen hier. Also, ich vergleiche hier mal einen Einzelwert mit Daten aus einer ganzen Spalte. Was nämlich nicht funktioniert, ist zu sagen, ja, nimm mir doch mal den Tag der Spalte D. Also, man könnte jetzt ja auch zum Beispiel, ich mache nochmal das Beispiel, um es zu erklären. Ich muss ja jetzt ja hier dieses Tag gar nicht machen. Ich kann auch sagen, wenn wir den Tag vom Datum, das ist ja dann auch 1, das geht. Und das Gleiche können wir natürlich jetzt hier auch machen, bei J2. Auch hier können wir sagen, das ist ja dann der Monat von Dollar K2. Das führt auf das gleiche Ergebnis. Gucken wir uns das nochmal an. Also, Tag und Monat. Wichtig ist, Funktion kann ich immer nur auf, oder in der Regel nur auf, Zellen anwenden. Ich kann jetzt hier nicht sagen, ja, bestimme mal den Tag von der ganzen Spalte. Also, das hier, Tag von Spalte A, kann er nicht. Dann macht das Rot Fehler. Das ist halt wichtig zu berücksichtigen. Deswegen müssen wir diese Hilfskonstruktion verwenden über diese Spalten, die wir dann Tag und Monat entsprechen. Das geht dann auch beim Datum natürlich auch für das Jahr, für die Stunde, für die Minute etc., wenn wir jetzt Stundenwerte haben. Wir machen gleich nochmal ein zweites Beispiel. Also, das denke ich soweit verstanden. Es gibt jetzt verschiedene Funktionen. Ergänzen wir sie hier mal und schreiben sie hier mal hin. Also, wir haben die Funktion Summe, wenn es. Dann gibt es noch, ich mache mal hier das Beispiel, Mittelwert, wenn es. Mittelwert, wenn es. Die funktioniert genauso. Wir machen dazu gleich nochmal ein Beispiel. Also, Mittelwert, wenn es. Damit bestimme ich aber den mittleren Wert in meinem Intervall. Und ich kann noch sagen, zählen, wenn es. Da wird dann nicht summiert, sondern da zählt er nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das kann halt auch nützlich sein, zum Beispiel zu sagen, wie viele Stunden eines Jahres habe ich denn überhaupt eine Stromproduktion bei der Photovoltaik. Das Beispiel hat man schon mal, wenn wir hier sagen, wie oft kommt die Zahl 0 vor. Wenden wir jetzt gleich mal an. Also, diese Tabelle hier, das war jetzt das Summe, wenn es. Schreiben wir es mal hier oben dran. Das war die Tabelle Summe, wenn es. Und schieben wir sie noch ein bisschen nach rechts. Das Gleiche wollen wir jetzt nochmal machen mit dem Mittelwert, wenn es. Und zwar für die Stunden. Also, wir wollen jetzt mal so ein mittleres Stundenprofil produzieren. Wie sieht das jetzt aus? Wir brauchen nochmal ein paar Spalten. Wir wollen jetzt hier unsere, diese Werte haben. Wir haben jetzt hier die Stunde. Ich lasse die Funktion hier mal stehen, wenn wir die nochmal haben. Also Stunde. Eins, zwei, drei. Da hat er sich jetzt auch gemerkt, dass das Nachkommastellen sind. Die wollen wir gar nicht haben. Wir müssen natürlich auch noch 0 anfangen. Mit 0 anfangen, also die 0. Stunde des Tages. Das ziehen wir jetzt mal runter, bis wir hier bei der 23 sind. Also 24 Stunden. Jetzt möchte ich wissen, wie sieht der mittlere Tagesverlauf aus. Das gucken wir uns an, was wir noch machen müssen. Auch hier eine neue Spalte. Stunde. Wir sagen, gib mir mal die Stunde von D2. Stunde 0, Stunde 1. Und jetzt sagen wir Mittelwert, wenn es. Bestimmen wir den Mittelwert dieser Spalte. Jetzt ist es E. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir verschieben es jetzt gerade. Spalte E. Wenn die Stunde, die, da kann man fest. Können wir auch direkt festtackern mit den Dollarzeichen. Also, bilde den Mittelwert aus der Spalte E, wenn die Stunde dem Wert K2 entspricht. Das E festtackern. Aufmerksame Zuschauer haben es schon gemerkt. Das wollen wir natürlich nicht. Die soll ja gleich bewegt werden. Also, was haben wir jetzt gemacht? Bestimme den Mittelwert aus der Spalte E, der Wind onshore, wenn die Stunden Spalte, also die Spalte C, genau dem Wert K2 entspricht. Nämlich 0. Da brauchen wir jetzt aber noch das Dollarzeichen. Klammer zu. Das heißt also, um in der Stunde von 0 Uhr bis 1 Uhr haben wir diesen mittleren Wert 12,3 Gigawattstunden. Das schieben wir ein bisschen hier rüber. Ziehen das hier rüber. Und ziehen das hier runter. Und haben jetzt hier unseren durchschnittlichen Verlauf der Energieproduktion über einen Tag. Und was stellen wir da fest? Also logischerweise, Photovoltaik, nachts wird nichts produziert. Irgendwann kommen halt hier um 4 Uhr schon die ersten Sonnenstrahlen in den Sommermonaten, dass da minimal elektrische Energie erzeugt wird. Währenddessen dann hier dann mittags natürlich die Mittagsspitze erreicht wird. Da müssen wir jetzt aufpassen, Nachteil, Zeitzonen und Sommer-Winterzeit, dass natürlich irgendwann das 12 Uhr, der Mittagspiek, sich verschiebt auf 1 Uhr. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die Spitze, die größte Solarproduktion an einem schönen sonnigen Tag in der Photovoltaik in der Winterzeit bei 12 Uhr ist, in der Sommerzeit um 1 Uhr. Weil die Sommerzeit ja die falsche Zeitzone ist. Wir verschieben die Zeit um eine Stunde. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich dann das, was man als Energieexperte berücksichtigen muss. Gut, also jetzt haben wir das gemacht. Wir können uns hier den Verlauf vielleicht nochmal angucken. Wie gesagt, diese Diagramme hier in Excel sind nicht ganz so hübsch. Moment, ich mache das hier nochmal mit den Daten. Also so sieht das jetzt aus. Gar nicht großartig. Schöner gemacht. Das gucken wir uns nochmal an, wie das funktioniert. Also wir haben jetzt hier unsere Daten. Das Orangen ist die Photovoltaik. Das ist halt diese typische Glockenkurve. So sieht die durchschnittliche Stromproduktion der Photovoltaik aus. Mit der hohen Spitze mittags um 12 Uhr mit 20 Gigawatt. Wir haben das Erdgas. Da sieht man hier, die Maxima sind morgens und abends. Das liegt daran, also es ist eine sehr flache Kurve, aber das ist so der typische Verlauf. Ähnlich bei der Steinkohle hier in Grau. Das ist der typische Verlauf, weil um diese Uhrzeit morgens und abends, der die Photovoltaik gerade beginnt mit der Produktion oder abends dann die Produktion einstellt. Und wir dann etwas kompensieren müssen mit den flexibleren Kraftwerken. Das ist erst Erdgas und als zweites dann mittlerweile sind es die Steinkohlekraftwerke, die wir in Deutschland noch benutzen. Und wir sehen auch bei der Wind onshore, also da ist jetzt weitestgehend stabiler Verlauf. Da haben wir so eine leichte Delle vormittags. Ja, das kann es verschiedene Gründe haben. Es ist jetzt nicht nur wetterbedingt oder witterungsbedingt. Da sind verschiedene Effekte, die da mit eine Rolle spielen. Aber das ist so der typische Verlauf bei der Produktion unserer vier Energiesysteme, die wir hier gewählt haben. Letztes Beispiel noch, das Zählen, wenn es. Das will ich auch nochmal einmal vorführen. Das heißt also, wie oft taucht eigentlich hier die Nullstunde auf in den Monaten? Also auch da nochmal ein Beispiel, was wir machen wollen. Ich schiebe auch das nochmal einmal hier zur Seite. Spalten einfügen. Und wir wollen jetzt die Funktion zählen, wenn wir es machen. Okay, wir sind mal rot. Also was müssen wir dazu machen? Wir müssen erstmal hier eine kleine Hilfsfunktion schreiben. Wir sagen, wenn die Photovoltaik gleich Null ist, dann ist es Null. Ansonsten ist es Eins. Also quasi Tag, Nacht. Also jetzt sehen wir hier, also hier scheint irgendwie der Tag zu sein. Wenn wir jetzt hier die Summe bilden, das sind dann also eine Summe 5102 Stunden, in denen die Photovoltaikanlagen produzieren. Das ist ein sehr einfacher Vergleich. Das wollen wir jetzt auch machen. Und zwar möchte ich es jetzt für die Monate machen. Also wir schreiben hier mal die Monate hin. Monat. 1, 2 und so weiter. Bis zur 12. Nachkommastellen weg. Und machen wir ihn mal etwas schmaler. Und dann wollen wir wissen, wie viele Tagstunden haben wir in den Monaten. Also ich sage mal hier mal Tagstunden hin. Was machen wir jetzt also? Also wir machen zählen, wenn es. Also hier steht da zähl, zählen, wenn eine Reihenfolge von Bedingungen erfüllt ist. So und ich will jetzt wissen, zähle in der Spalte i, wenn das gleich 1 ist. Da kommt halt die Gesamtsumme raus. Das ist aber nicht genau das, was wir wollen, sondern wir müssen jetzt noch angeben. Gehen wir nochmal in unsere Funktion rein. Also wir wollen markieren. Ist das so? Aber, und deswegen wieder diese Funktion wenn ist. Wenn auch noch der Monat unserem Monat entspricht. Also zähle das, wenn das 1 ist und wenn der Monat unserem Monat entspricht. Na, guck mal, stellen wir nochmal weg, gucken, ob sie funktioniert nochmal an. Was haben wir jetzt gemacht? Also zähle bitte die Spalte i. Wenn der Wert 1 ist, dann sollst du sie nur zählen, sonst nicht. Denn das ist unsere Voraussetzung. Zähle bitte, wie oft taucht der Wert 1 auf. Hätten wir es auch mit der Summe machen können, aber wir machen es jetzt mit dem Zählen. Also das, wenn der Monat diesem Monatswert entspricht. Jetzt haben wir hier 317 Stunden und wenn wir das hier runterziehen, kommen wir hier auf diese Verteilung. Haben wir natürlich im Sommer die größten Zahlen, logischerweise. Man kann das jetzt entsprechend natürlich auch mit einer Summe wenn s machen. Aber diese Funktionen zählen wenn s, die können wir noch anders verwenden. Wir machen das Ganze nochmal, um die Funktionsweise zu erklären. Also zähle bitte doch mal, wenn das hier, also die Spalte f, größer als 0 ist, dann bitte zählen und der Monat unserem Monat entspricht. Brauche ich hier Anführungszeichen. Ja, naja, das ist ein kleines bisschen tricky. Manchmal brauchen wir hier diese Bedingungen müssen wir hier in Anführungszeichen setzen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja hier in dem Beispiel auch angegeben. Also diese Bedingung, die erfüllt sein muss, die muss in Anführungszeichen gesetzt werden, obwohl wir Zahlen miteinander vergleichen. Also da muss man einmal aufpassen mit diesen Anführungszeichen. Die darf man nicht vergessen. Also das habe ich jetzt gemacht. Bitte zähle, dass die Häufigkeit, wenn die Spalte f größer als 0 ist und gleichzeitig der Monat unserem Monat im K2 entspricht. Und da kommen wir natürlich auf die gleichen Werte. Also da nochmal das Beispiel etwas anders in der Anwendung, aber trotzdem sehr ähnlich jetzt mit unseren drei Funktionen. Summe, wenn es, Mittelwert, wenn es, Zählen, wenn es. Man kann jetzt ja mal zur Selbstübung die Summation machen, wie groß ist die Energieproduktion pro Monat dieser Energiesysteme mit der Funktion Summe, wenn es. Da gibt es wahrscheinlich noch ganz schöne Beispiele. Oder dass man mal über die Wochentage sich anguckt, gibt es irgendwie Fälle, weil das ist jetzt bei der Produktion vielleicht etwas irrelevanter als bei den Lasten. Aber das ist auch so ein typischer Vergleich, dass man sich bei Verbrauchszahlen anguckt, wie sieht der Verbrauch pro Tagtyp aus. Also Werktag, Samstag, Sonntag, Feiertag. Das kann man mit diesen drei Funktionen Summe, wenn es, Mittelwert, wenn es, Zählen, wenn es auch machen. Also schon eine sehr nützliche Funktion. Da auch direkt wieder die Einschränkungen. Die sind sehr rechenintensiv. Also wenn man sehr komplexe Excel-Dokumente hat, dann kann es sein, dass es etwas länger dauert in der Berechnung. Da muss man sein Excel-Dokument vielleicht zwischendurch mal anpassen, etwas entschlacken. Gucken wir uns in späteren Folgen mal an, wie man komplexe Excel-Dokumente für die Energiedatenanalyse optimiert. Ein paar Tricks, Tipps, Lifehacks, wie man es nennt. Das gucken wir uns dann später an. Aber erst mal verstanden, wie diese drei wichtigen Funktionen Summe, wenn es, Mittelwert, wenn es und Zählen, wenn es, funktionieren.